Spider-Man, Spider-Man, das war... Warum bin ich so cringe, Digga? Alles klar, Digga. Leute, meine kleinen Meister, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute habt ihr es vielleicht im Titel und Funktional gesehen. Spider-Man ist Pay-to-Win, Freunde. Und das wollt ihr in ein Video packen. Und, Freunde, ihr wisst, wir machen Pay-to-Win-Skins. Wir haben schon richtig viele Folgen. Und, Freunde, zur neuen Season ist natürlich auch wieder einer Pay-to-Win. Und zwar ist es... Pay-to-Win. Erzähl! Leute, und zwar ist Spider-Man einfach Pay-to-Win, Freunde. Und ich würde mal sagen, ihr seht es hier, ich habe noch nichts gekauft. Beziehungsweise hier 25 Level. Battle-Buzz Stufe 4 sind wir, Freunde. Aber ich würde mal sagen, ich habe hier auch schon V-Bugs aufgeladen, Freunde. Und damit ihr es nicht machen müsst und es einfach nur erspielen könnt, Freunde. Wenn ihr schon den Battle-Buzz habt. Und, Freunde, ich würde auch mal sagen, tragt gerne auch meinen Creator-Code ein, Freunde. Auf ehemoder Basis, denn ich habe hier 80 Euro für das Video aufgegeben. Deswegen muss da auch ein bisschen was rein, Digga. Ihr wisst Bescheid. Freunde, ich würde auch mal sagen, wir kaufen uns kurz den Battle-Buzz. Und da sehen wir uns gleich in der Runde. Und ich erkläre euch genau, wie es funktioniert. Leute, ihr seht es. Wir haben jetzt Spider-Man. Und ich würde mal sagen, wir sind uns jetzt in der Runde, wo ich euch zeige, wie dieser Skin to win ist. Let's go. Okay, Freunde, es geht los. Und wir landen hier in Lockjam. Natürlich für den maximalsten Holzvorrat, würde ich mal sagen, Freunde. Und werden hier gleich uns sehr viele Waffen, sehr viel Loot holen. Und ja, und dann geht es eigentlich schon los. Dann warten wir natürlich ein bisschen, dass die Sachen kleiner sind. Aber da ist schon einer, Freunde. Ich sage, wir brauchen auf jeden Fall auch Metall, weil Metall ist die Meta, Freunde. Ich sage euch ehrlich, Metall bei diesem Pay-to-Win-Skin ist einfach die Meta. Und wir brauchen mehr Loot. Wir brauchen mehr Loot. Dann zeige ich euch direkt, warum dieser Skin Pay-to-Win ist. Jemand gehört? Ist hier irgendjemand? Hallo? Hallo? Ist hier irgendjemand? Stopp. Wir sind alleine. Wir können uns hier vollstacken. Gewollte Gegner? Zwei Stück sogar? Batman! Komm her, ich bin Spider-Man! Er ist ein Bot. Schön. Ich will nicht viel dazu sagen. Die waren Bots. Die funktionieren natürlich nur mit echten Spielern, Freunde. Wir müssen hier alles einsammeln. Die haben auch für uns schön gefarmt. Das sehe ich doch gerne, Freunde. So. Wir sind jetzt auf der Suche nach irgendeinem Spot, wo jemand vorbeikommen könnte. Und da gehen wir mal in die Map. In die Mitte der Map ungefähr. Oder bei Shifty sind wir jetzt. Dann müssten Leute, die oft an Shifty landen, sollten hier jetzt an diesem großen See vorbeikommen, denken. Deswegen würde ich sagen, bauen wir uns am besten sehen. Der kleinen Insel. Wir gehen mal... Ah, da ist aber der Hai. Da ist der Hai. Der könnte uns hops nehmen. Ich würde mal sagen... Aber wir müssen weg von dem See. Wir müssen weg von dem See. Wir gehen mal hier ungefähr hin. Ab da an sollte das funktionieren, was ich hier geplant habe und was unser Ziel ist natürlich heute. Natürlich auch die Runde zu gewinnen mit dem Trick, Freunde. Und da positionieren wir uns jetzt richtig an dem Fleck, wo ich markiert habe, Freunde. Sobald wir da sind, seht ihr jetzt gleich den Trick. Let's go. Eine Minute, 37 Sekunden später. Eigentlich hier sollten auch Leute hinkommen. Und hier ist sogar eine Kiste. Deswegen ist sogar perfekt, dass wir hier einfach die Kiste öffnen. Oh, sehr schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit und direkt positionieren. Wir positionieren uns direkt hier hin. Schön, Freunde. Deswegen, das ist sehr perfekt. Wir positionieren uns direkt hier hin. Aber die Treppe muss genau oben sein. Also wirklich, wir brauchen eine gerade Ebene. Wie zum Beispiel hier. Ja, hier. Hier ist perfekt, Freunde. Dann kommt ein Boden drauf. Ein Dach drüber. Dann sneaken wir uns hier hin. Äh, ne, halt. Bevor wir das machen, droppen wir unsere Items. Droppen wir unsere Items. So. Das soll jemanden anlocken. Das lockt safe jemanden an. Da, halt. Munition. Munition dürfen wir nicht vergessen, Freunde. Ein paar davon. Ein paar davon. Ein paar davon. So. Und dann. Oh, halt. Ich habe es falsch gemacht, Freunde. Kniegen wir uns hier hin. Machen den Spider-Man im Mod, den nur Spider-Man kann. Und wir sind versteckt. Wir können auch so ein bisschen weiter nach links. Dann sind wir noch mehr versteckt. Und jetzt seht uns an. Wir sind wirklich in diesem Boden drin. Und können hier chillen, bis jemand kommt. Und dann wird er gewonpumpt. Okay. Deswegen müssen wir wirklich darauf aufpassen, dass, wer jetzt kommt, dann Stress haben will. Und wir warten, würde ich mal sagen. Ist gleich. Ich bin in der Decke. Da ist der Autofahrer. Da ist der Autofahrer. Da ist der Autofahrer. Er sieht den Loot. Bitte. Nein. Hat er mich gesehen? Er hat mich nicht gesehen. OP. OP. Einfach nur OP. Einfach nur OP. Bro. Einfach nur OP. Hat er uns gesehen? Er hat uns nicht gesehen. Wir sind wieder im Dach. Nix ist passiert. Er dachte sich so, ja, ich loote jetzt ein bisschen. Ja, dies, das. Und ja. Da werden die Skills ausgepackt, Freunde. Da werden die... Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Sieht er das? Sieht er das? Nein. Die Zone. Er geht in die Zone. Er sieht den Loot. Er sieht den Loot. Hat er den Loot gesehen oder hat er mich gesehen? Er sieht den Loot. Er sieht den Loot. Hat er uns gesehen? Ich glaube, er kommt. Er kommt. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Das ist das Problem. Das ist eben das Problem von dem Video, dass er uns gesehen hat. Das ist mein Problem. Das ist unser Problem. Aber Freunde, den slacken wir und gehen wieder an die alte Stelle. Das slacken wird wahrscheinlich nicht so leicht. Oh Gott. Nein! Aber, Freunde, ihr habt es gesehen, es funktioniert. Und ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mit meinem Freund Mirkan zusammen. Und schauen, ob wir die Runde gewinnen können. Bis gleich. Freunde, was geht ab? Und ich habe meinen Freund im UK dabei. Hallo. Hallo. Du bist so cool. Warum habe ich ein Handy in der Hand? Digger, äh... Ach so. Ach, ein Trottel. Oh, Digger. Ich weiß nicht, hier was. Okay, Freunde, wir, ähm... Du telefonierst mit ihnen und dann, ähm... Brauchen Sie Gegner? Ich habe Pistole. Ich habe mich schon versteckt, und immer so. Oh, warte! Ich habe sie aufs genommen. Ich habe sie aufs genommen. Da ist noch einer, da ist noch einer. Wo bist du, wo bist du? Ich hänge hier in der Luft. Hier ist noch einer. Er ist einfach gestorben. Ich hänge in der Luft. Wie, du hängst in der Luft? Oh mein Gott, Meck hat... Auf mich wurde geschossen, auf mich wurde geschossen. Ich habe keine Waffe, keine Waffe, keine Waffe. Wie, du hast keine Waffe? Ich habe keine Waffe. Ich habe mich direkt in die Luft gehangen. Häng nicht in die Luft, häng nicht in die Luft. Ich mache, ich mache den Trick. Ich mache... Ich bin tot. Ich weiß, dass du da bist. Ja! Schnell, 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 schnell. Okay, Freunde. Let's go. Wir haben unseren Mate, Spiderman-Abi Nummer 2, MBJ. Und, äh, es geht los. Wir müssen jetzt erstmal clear, Meckern. Wir brauchen natürlich Metz, Waffen und, ja. So locken wir dann die Gegner natürlich an, ne? Ich dachte, wir machen das ohne Waffen. Ah, das ist mit Waffen. Okay. Das ist das Mysterium. Von Healing. Wir gehen jetzt an die Stelle und stellen uns einfach hin, droppen unser Loot und warten, bis jemand kommt. Schnell, schnell, schnell. Sliden. Eigentlich können wir auch hier in die Mitte eigentlich, oder? Oder kommt hier jemand vorbei? Das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, dass die Leute vorbeikommen. Wir müssen schauen. Wir können auch mal in das Wüstengebiet. Freunde, ich würde einfach mal sagen, wir suchen uns jetzt einen Platz aus und dann sehen wir uns gleich da. Alles klar. Schüsse. Okay, das sind Schüsse. In der Ferne habe ich Schüsse gesehen. Wir können hier in der Richtung irgendwo, habe ich Schüsse gesehen. Das heißt, wir können zur Tankstelle und da dann unser Zelt aufbauen sozusagen. Hier hin, hier vorne hin. Einfach hier hin. Okay, warte, ich baue es, ich baue es, ich baue es, warte. So. 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 Drop dein Loot. Rüttig. Die, die, die. Den nehmen wir mit. Ein bisschen Munition müssen wir auch droppen. Dann würde ich mal sagen. Oh, nee. Ich habe es falsch gemacht, Freunde. Drücken. Und dann den Emote. Und hier sind die freundlichen Spinnen der Nachbarschaft. Ich bin wirklich eine freundliche Spinne. Ich auch. Ähm. Milkan! Du hast uns so einen Trick kaputt gemacht. Warte, 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 vielleicht sieht er dich nicht. Mach dir die Maute nochmal neu. Ich, ich mache hier neu. Ich habe, ich, warte. Mach, mach zu. Ich habe neu. Okay. Ich gehe jetzt hier jetzt auf und gucke, ob die sich sehen, okay? Okay. Er sieht mich nicht. 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 Warte, fack, der geht auf mich. Du musst zumauern. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Wir müssen die Hubs nehmen. Digga, aber du warst im Realtalk auch nicht wahr, ne? Wir müssen die Hubs nehmen. Wir müssen die Hubs nehmen. Mein Loot, mein Loot. Mein Loot, Milkan. Komm. Wo ist der? Hier hinten. Ich treffe nichts. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Sehr schön. Nein, das ist nur, weil du rausgefallen bist. Hab ihn gehoffst. Er hat kranke Waffen, Bro. Egal, aber das ist gut, weil wir haben jetzt rumgeschossen. Wir können jetzt in die Dings rein. Ich habe krasse Waffen, Milkan. Digga, das ist richtig schön. Ich liebe dich. Was? Äh, was? Das war so emotional. Ist hier noch einer? Ist hier noch einer? Ich habe alle gekillt, Bro. Digga, let's go, man. Ich fühle mich kurz hier. Ich fühle mich kurz hier. Kann ich kurz bitte reingucken? Klar, ist doch nicht meine Box, aber... Ey, spritz dich kurz an. Ja, genau. Aber die Leute haben dich gerade nicht gesehen. Die haben mich nicht gesehen. Erst, wo ich runtergefallen bin, haben die mich gesehen. Freunde, dieser Trick funktioniert. Ihr habt es vorhin auch schon gesehen, wo ich es solo gemacht habe. Aber das wollte ich Melka nochmal zeigen, Freunde. Und ich würde mal sagen, Melka, wir gewinnen jetzt die Runde genau mit diesem Trick. Und ich habe auch krasse Waffen. Deswegen müssen wir in die Zone da dann irgendwo uns wieder einbauen. Dann würde ich mal sagen, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir hängen. Ist gleich. 12 Sekunden später. Okay, alles gut, alles gut. Ich bin drin, ich bin drin. Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Auto kommt. Sie sehen mich immer noch nicht. Alles gut, alles gut. Melka, lenks sie ab, lenks sie ab, lenks sie ab. Ich bin versteckt. Okay, wo bist du? Ich bin versteckt in der Cone. Ich sehe dich nicht mehr. Okay, das wild, das wild. Oh, er pressert dich, er pressert dich. Er ist genau hier. Mach mal, komm wieder weg. Er sieht mich immer noch nicht. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Er hat mich nicht gesehen. Ich bin hinter ihm. Oh mein Gott, oh du Mann. Habe ihn down, habe ihn down. Der andere hat mich aber jetzt gesehen. Der andere hat mich jetzt gesehen. Jetzt müssen wir die killen. Hier ist noch einer direkt. Er ist hier. Bei mir. Hat Hill, hat Hit. Ja, bei mir auch einen Hit. Aber 16er nur. Er ist one. Drohkos von woanders gesniped. Er ist hier um. Er ist down. Er wurde auch gesniped. Digga, es ist gerade ein Gottessnip. Okay, 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 okay. Er kommt. Versteck dich, versteck dich. Versteck dich. Ich muss abhauen. Geh hoch hin. Mach den Trick. Es tut mir leid. Er wusste, wo ich bin. Er wusste, wo ich bin. Aber, ich weiß. Guck mal, guck mal. Okay, du kannst noch nicht sehen. Aber, der Trick wird jetzt gemacht. Der Trick wird jetzt gejustet. Du Mann, ich lebe noch. Wie, du lebst noch? Ich bin noch da. Ich muss dir den V-Mann machen. Der Trick wird jetzt gejustet. Für die Runde. Es tut mir leid. Er hat mich gekillt. Für die Runde. Es tut mir wirklich leid. Wir haben es besser jetzt gemacht. Hier. Und rein da. Und rein da. Und einfach abwarten. Halt dein Maul. Er hat dich nicht gesehen. Er hat dich nicht gesehen, Bro. Er hat mich wild. Halt dich gesehen. Oh mein Gott. Freunde, dieser Trick ist einfach insane. Und wir haben einfach gewonnen. Jami, können wir einfach so einen Einblender machen. Wo einfach steht gewonnen. Und dann ist einfach das Video jetzt vorbei. Aber so mit ganz, ganz Billow gewonnen. Also richtig schlecht. Also richtig schlecht. Epischer win. Freunde. Check Mekan ab. Wir haben gewonnen. Peace.